recht herzlich willkommen zur 127 folge von city skylines ja wir haben letztes mal eine zuglinie gemacht dann müssen wir diesmal weitermachen da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau was wir noch machen wollten die buslinie davor war das letzte was wir kontrolliert haben muss hier gewesen seine wo ist das denn da und es ist hier ist es wir hatten mal dass man wieder laufen hier das steht ja gerade hat man kontrolliert ob da die besucher alle kommen ja sieht gut aus eigentlich oder dann könnte jetzt hier auch so die straße waren wir noch in erinnerung genau dass die straße hier irgendwo ich glaube hier war es ja hier ist diese mit bäumen im außen und da ach so und hier das wollte ich verschieben jetzt wo ich sehe ist klar gebäude verschieben raus so ich glaube ich drehe mal wieder an die ansicht ich glaube dass so da weiß man wo man lange muss ne ja nur da eine gut und dann aufmachen gibt es da irgendwelche die es entleeren sich noch welche genau sieht wohl soweit gut aus oder ja hier blinkt noch alles ist klar wegen industriegebiet und irgendwas fehlt so hier fahren jetzt die züge hin und her da drüben sind auch schon zweier die bahn bringen dass der märkte abtransport dann aus warum der jetzt da wartete bis der andere weiß ich auch nicht schon interessanter und da steht auch wieder eine art die dürfen nur in ein gleis reinfahren oder was aber stehen schon schlange wie man sieht jetzt wird er wieder weg ja hätte auch das andere gleis nehmen können das ist dann wohl nicht so gut programmiert aber wie man sieht lkw ist ohne ende hier am fahren das lohnt sich ne somit haben wir auch den verkehr von der straße ein bisschen runter genommen hier wäre es dann schön wenn wir noch ein bisschen sehen würden mit personenverkehr da kommt gerade ein bus er ist da die steigen alle ein und der rest geht passt und der da ist nur deko gut ja glaube dieses hier zum beispiel sind auch deko leute ne die sind immer dabei ist nicht langweilig der aussieht ne möchte er dann jetzt hier peter hunter das ist ein tourist und er travis campbell das ist dann wieder nach hause okay passt aber hier kommen noch so wenn dann kommen sie weg wenn einfach hier irgendwo produziert in anfangs stellen kann er sein Da kommen die aus dem Haus aus, ne? Die passt wohl schon, ne? Ok, haben wir. Travis ist schon unterwegs mit dem Bus. Verstehen Sie da, oder? Ja. Die Müllhalde haben wir versetzt. War da irgendwo noch was zu sehen? Ich bin mir nicht sicher, ob wir nur eine hatten, oder ob wir hier nicht zwei hatten. Ne, sieht glaube ich nicht so aus. Dann habe ich noch eine zweite irgendwo gesehen. Ne, hier im Industriegebiet müssten wir nur gucken, das waren mal gerade diese ganzen Berge wegmachen. Ist das der oder der? Das ist die Frage, ne? Ich glaube das ist die Baustelle hier. Ja, da sind auch welche. Ja. Sieht da nicht so klar aus. Und da müssen wir eigentlich checken, wenn wir uns das halb, ne? Hier ist der Front. Fehlt in der Ecke eine Feuerwehr. Da müssen wir dann eine Feuerwehr hinbauen. Lass uns das mal gleich in Angriff nehmen. Wir? Oder da? Oder besser da? Da ist top, oder? Ja. So. Dann ist das da auch ein bisschen besser wegen einer Brandgefahr. So. Dann... Da ist ja auch noch was. Ne, das ist das nicht. Das ist da weg. Das ist da weg. Das ist da weg. Das ist auch einer. Ja. Hier sind noch eine Feuerwehr. Super. Hier ist auch Feuer ein bisschen. Da muss ich auch noch was hin. Komm, machen wir auch noch eine hin. Obwohl da eine ist, ne? Und da ist auch eine. Die hatten wir neu gebaut. Die machte ja Sinn, dass da... Ach, das ist eine Sackkasse. Die ist nicht von da einfahrbar. Anfahrbar. Aber da. Sollte es doch klappen. Okay, lassen wir so. Das ist eine angenehme Sicht, wo man sofort sieht, welches Häuslein blinkt, ne? Manchmal weiß ich gar nicht, ob da nicht was abgerissen ist, was ich gar nicht abgerissen muss. Da ist noch was. Darum gibt's noch zwei Dinge. Das hat aber nix mit Industrie zu tun gehabt gerade. Läuft, ne? Das ist nicht gut. So, da ist noch eins. Ja, und ich könnte auch noch mal weiter, weil da wohl hier die Dinge sind. Das müssen wir reingucken jetzt. Hier, was hat er für ein Problem? Nicht genügend Arbeiter. Okay. Ja, das ist auch unten der grüne Balken da zu sehen. Das würde bedeuten, wir müssen jetzt noch Arbeiter nachlegen. Ja, wo aber? Das ist die Frage. Ist das hier eine Sackkasse? Ja. Dann würde ich jetzt fast sagen, lass uns da noch eine Straße verlängern. Äh. Die ist bis jetzt. Nur mit der Mittelspur. Das ist diese gewesen, glaube. Bin wir die da rum? Ist die Frage, ne? Aber. Die müssen wir auch nicht mehr da rummachen, ne? Oder? Würde gehen, ne? Ich glaube, da hören wir mal auch, die ist viel zu groß, das bauen wir wieder zurück. Das macht keinen Sinn so. So. Was uns die hier noch machen. Die müssen wir auch noch weg. Das Ende fehlte eben auch schon. So. Und dann gibt es eine kleine Straße nur noch da. Mit vielen schicken Bäumen. Geschwungen. Wir drehen mal um, dass wir besser sehen können, wo sie lang gehen muss. Was? So. Hier direkt dran. Das will schon nicht mehr gehen jetzt, oder was? Da geht noch was. Was? Wie ist sie da noch? Das wird auch nichts bringen da drunter her jetzt, ne? So. Passt schon, ne? Und grüne Flächen raus machen. So. Und die anderen machen wir niedrig. So. Können wir ein bisschen rauszoomen, ne? So. Grün, grün, grün. Hier machen wir wieder das Hohe. Kein Klang, Klang, Klang Geräusche. So. Wasser brauchen die auch wahrscheinlich. Genau so ist es. Machen wir was da rüber. Passt. So. Da wohnen auch schon die ersten. Gebäude wachsen, Strom kommt da von alleine hin. Passt. Na, sieht doch gut aus, oder? Ja. Ja, die niedrigen Häuser wachsen weniger, ne? Weil da möchte doch keiner so wohnen, vielleicht. In der tollen Nachbarschaft. Ist halt so, ne? Und es ist weniger geworden. So. Gucken wir nochmal rein mit Commerz. Haben wir irgendwo noch was? Hier unten wird noch Commerz gehen, ne? Den fällen aber immer noch die Arbeiter. Aber deswegen, ich glaub die Blasen gehen wir zu, ne? Ja. Commerz. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was kriegen. Machen wir hier mal Industrie weg und Commerzen. Hier so. Passt. Und da noch einen. Dann haben die auch was gekriegt. Ohne Wasser. Ich weiß nicht, ob da... Ja, da ist auf jeden Fall schon einer, der Wasser braucht, ne? Und hier könnte man eher schon wegweisen, ne? Naja, geht so nicht. Lass mal so. Ist egal, das... Hol Leitungsnetzkurs bestimmt auch Unterhalt. Da muss man dran denken, ne? Das würde bedeuten... Machen das mal hier so. Und dann mit dem Bagger raus. Dann ist hier die Leitung nämlich weg. Und dann müssen wir sie neu legen. Passt. Und diese da können wir noch wegnehmen, ne? So, da brauchen wir nix. Weil da auch keiner wohnt. So, sieht doch gut aus, oder? Arbeiter sind wieder verlangt. Was ist das denn hier für ne Leitung? Heizung. Oh. Wusste ich noch gar nicht, dass sie auch Heizung brauchen. Ist wahrscheinlich irgendwann danach gekommen. Kesselstation. Okay. Stimmt mit irgendeinem Update. Ja, müssen das alle haben, oder wie ist das? Hm. Gute Frage, ne? Sind die denn da schon alle eingezogen? Nö. Dann ist das hier unser Pilotprojekt, oder? Gehen wir mit dem Achsel auf. Umweltfreundlich. Aber ein riesen Ding, ne? Ne, das machen wir dann nicht hier hin. Wohl hier wäre es möglich, ne? Wenn da eine Straße wäre. Äh, oder hier? Oh, ein Denkmal da. Gut, dann müssen wir uns nochmal Gedanken darüber machen. Über die Heizung machen wir jetzt grad nicht. Um Wärme zu beteiligen, müssen sie besser versuchen. Achso. Achso, das kann man da aufbauen dann. Okay. Da sind dann gleichzeitig auch Wasserleitungen, oder was? Äh, da müssten wir dann so ein Pilotprojekt starten, oder? Oh, da ist ja jetzt Fußball drinnen los, oder was? Aber kein einziger. Nur Flutlicht ist bestimmt gerade einer am Rasenmähen, oder was? Kann man nicht tagsüber machen. Gut, okay. Äh, ja. Das würde bedeuten, wir müssen ein Pilotprojekt machen. Äh, würde ich jetzt sagen, können wir ja uns irgendwo hier mal eine Stelle aussuchen. Hier vielleicht nicht unbedingt. Ja. Vielleicht machen wir hier, hier das mal rein, oder so. Oder, irgendwo am anderen Rand. Wir müssen auch mal gucken, wir können doch bestimmt noch was zukaufen, oder? Ja. Geht wohl, ne? Müssen wir uns da Gedanken drum machen, was zuzukaufen. Ja, weiß nicht wo. Hier, oder da, oder da, oder da. Ja, müssen wir dann mal schauen, ne? Ähm, okay. Aber für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Ja. 戲bravery. Macht euch. Ich bin tout. Das ist ja ganz gut.